Ich denke, wenn wir das Spiel so souverän gewinnen, dann können wir alle zufrieden sein. Ich denke, die Pflichtaufgabe haben wir sehr souverän erfüllt. Wir wussten vorher, dass uns hier ein schweres Spiel eigentlich erwartet mit allen, die in der zweiten Liga auch eine ganz gute Rolle mitspielen. Aber wir sind, denke ich, von Anfang an sehr gut in das Spiel gegangen, sind genauso konzentriert reingegangen, wie wir es auch zum Beispiel in der Champions League oder in der Bundesliga gemacht haben. Und das war heute ganz wichtig. Wir wussten, dass es unangenehm werden kann, wenn man konzentriert ist, aber von einem ersten Moment an hat es unser Trainer reingehauen, haben wir es angenommen und haben eine konzentrierte Vorstellung abgeliefert und so kommt so ein Ergebnis zustande.